Ja, Hallöchen, hier wieder Segwinde Socklos auf meinem Kanal. Wir sind hier bei uns auf dem Sportplatz. SSV Grefrath. SSV, nicht SV. SSV, nicht SV. Wir haben heute gespielt in der Kreisliga B-Gegen, Marius? TV Lobberich. TV Lobberich. Und wir haben heute drei Punkte geholt. Genau. Das ist ein super Ergebnis. Wir freuen uns sehr. Tschüss, Jörg. Wir freuen uns sehr, dass wir drei Punkte geholt haben. Die ersten drei Punkte. Die ersten drei Punkte, ja. Und hier, Marius ist normal unser Torwart. Aber der ist seit wie lange bist du jetzt hier im Krankenstand? Im Krankenstand, Marius? Halbes Jahr. Seit einem halben Jahr. Wir wünschen ihm gute Besserung. Aber bald ist er auch wieder fit und dann ist er auch wieder dabei. Genau. Also, wir genießen den wunderschönen Tag. Wir haben heute bestimmt, ich schätze mal 22, 23 Grad oder noch mehr. Und viel Bier. Ja, ein Bierchen trinken wir auch bei strahlend Sonnenschein am 1. Oktober. Ein wunderschöner Sonntagnachmittag. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns. Genau. Alles Gute von uns. Liebe Grüße von Marius und von Sieglinde Socklos. Tschüss. Tschüss.